Hey Leute, heute wollen wir uns mit einer Frage auseinandersetzen. Warum kugelt die Schulter eigentlich aus? Dazu gleiche ich mir mal von Corpus, unserer Mixed Reality Anwendung, den Oberarm aus. Und ihr seht, boah, hier ist das Schultergelenk ganz schön kompliziert. Da geht einiges ab, eine ganze Menge Nerven und Gefäße, aber die interessieren uns nicht. Die blenden wir jetzt mal alle aus. Und da sehen wir unsere beiden, das ist übrigens der Schlüsselbein, weg damit, unsere beiden Teilnehmer. Hier ist die Skapula, das Schulterblatt, und auf der anderen Seite der Oberarmknochen, der Humerus. Und ihr seht, boah, das ist ein ganz fetter Kamerad hier oben in einer riesigen Kugel. Und hier auf der anderen Seite, ja, da steht so eine kleine, eher schon fast peinlich kleine, Schultergelenkspfanne, ja, und die beiden, naja, da seht ihr schon, da ist natürlich irgendwo nicht das richtige Verhältnis, passen nicht so richtig zueinander. Um das zu fixen, hat die Natur sich einiges einfallen lassen, hat erstmal einen ganz schönen Bandapparat da rumgelegt. Also ihr seht hier, die ist von allen Seiten mit Bändern gefasst, also mit zähem Bindegewebe, das dafür sorgt, dass der Oberarmknochen halt an der Schulter festgetackert bleibt. Aber das ist nicht alles, denn das könnte natürlich auch ausleihen, und deswegen gibt es da eine ganze Menge Muskeln. Und das ist halt die, vielleicht habt ihr es schon mal gehört, die sogenannte Rotatorenmanschette. Die Rotatorenmanschette sind vier Muskeln, die um die Schulter herum angeordnet sind. Das ist zum einen der Musculus teres minor, der Infraspinatus, der Supraspinatus und der Subskapularis. Und die sorgen jetzt für ihren Zug dafür, dass der Oberarmknochen ganz fest in der Pfanne bleibt. Und wenn einer dieser Muskel reißt, zack, dann könnt ihr euch leicht vorstellen, was passiert. Oder eines dieser Bänder reißt. Das Schultergelenk wird instabil und die Schulter kann auskugeln. Flupp. Das Schultergelenk. Das Schultergelenk.